Am Generationenfestival 2017 in Thun wird es u.a. eine grossartige Slam-Show geben. Kein Wettbewerb, aber wir haben sechs Slamerinnen und Slamer zum Kanton eingeladen, die Texte werden präsentieren zum Thema Generationen. U.a. Mühleina Peinör, der ältisch Slamer von der Schweiz, Hans-Jürg Zink. Wir haben Nachwuchs aus der Region, die auch am Teamer Thun beheimatet ist, Noah Ötterli und die Zahnen Staufel aus Oberfrittenbach. Beehrt uns der Peche Heiniger. Aus Bern, die Selma Lorena Imhof. Und aus Osterundigen wird das Line-Up komplettieren durch Andreas Kessler. Tür runterführen und moderieren wird niemand geringer als Remorikawacher. Gönnt euch also das Festival, weil das Programm bietet auf eine andere schräge Fögelplatz. Kommt schauen, gönnt euch, bleibt im Revier und hebt eure windige Fäuste bereit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 4 2